Aber die Pics für heute, ich überlege noch ein bisschen. Alex, was hast du denn? Ich habe einen Kalender. Ich habe mich mit Kalendern auseinandergesetzt diese Woche, weil es so zum Jahresauftakt ein bisschen motivierend. Und eine dieser Apps, die ich mal wieder entdeckt habe für mich, ist Timepage. Timepage. Timepage ist von Moleskine. Eine sehr interessante, eigenwillige Kalender-App, die ein nettes Layout hat, wie ich finde. Das ist eine lange Liste mit Tagen, die man sich anzeigen lassen kann. Man kann einstellen, ob man fünf Tage sich in Übersicht anzeigen lassen möchte oder sieben Tage. Und man kann diese Liste natürlich nach oben und nach unten, sprich in der Zeit zurück oder Zeit nach vorne, scrollen. Sag mal, wie heißt sie? Timepage heißt die. Timepage. Ja, und die ist eher so auf der Design-Seite angesiedelt. Ein sehr hübsches Design, wie ich finde. Kann man nämlich ein Theme dafür wählen, also in unterschiedlichen Farben zeigt die sich dann auf dem Gerät. Wie gesagt, scrollt man nach oben und nach unten, bietet mir eine ganz, ganz coole Übersicht, wie ich finde, von einem Kalender. Man kann aber auch links nach rechts wischen und kriegt dann eine Monatsansicht. Und wenn man zweimal nach rechts wischt, hat man so eine Jahresansicht mit den ganzen Monaten und Tagen. Es sind sehr simple Wischgesten, die da auszuführen sind. Und trotzdem, also es ist leicht, meines Erachtens zu erfassen, was diese App von einem möchte. Und das Anlegen von einem Kalender hat die typischen Funktionen, die du dir so vorstellen kannst. Also es ist eine App, die auf der iPhone-Kalender-Datenbank basiert. Die machen nichts Eigenes, sondern deine Kalenderdaten in deiner Kalenderdatenbank, die sind auch dort in Timepage und andersrum. Also das ist für mich, der halt kein, der nicht in seinem Kalender lebt, ist das eine übersichtliche Art, meine wenigen Termine im Blick zu behalten. Die haben halt so ein paar Designspielereien, die sich einfach über viele Jahre getragen haben, muss ich sagen, mit diesen Wischgesten, mit so kleinen Spielereien kannst du natürlich Orte und so weiter hinzufügen. Und das lässt sich alles, ja, das ist alles so hübsch gestaltet und so ein bisschen nett und verspielt. Und die machen dir natürlich Vorschläge und schicken dir Push-Nachrichten übers Wetter etc., wenn man das denn möchte. Also das ist alles eine, meines Erachtens eine hübsch gestaltete App, die sich weiterhin sehr erträgt. Die haben, ist mittlerweile auf ein Abo-Modell umgestaltet. Ich glaube, die App an sich kostet 14 Euro im Jahr. Die haben noch eine Task, also eine Aufgaben-App und so eine Zeichen-App. Das kann man auch im Bundle kaufen, brauche ich jetzt nicht. Ich fand die Kalender-App einfach, oder ich finde die einfach schön und komme mit der ganz gut klar. Das ist eine der wenigen Moleskine-Apps, die es auf iOS-Only gibt. Ich wusste gar nicht, dass die auf Android irgendwas machen. Ja, ja, die haben diese anderen, so Page-Scanner und Blablub, vier verschiedene andere Apps haben sie. Ja. Actions, ähm, noch zwei, drei, also vier Stück haben sie auf Android. Ähm, aber Time-Page zum Beispiel nicht. Ja. Ich meine, die arbeiten halt mit Zeitzonen und so weiter, das ist alles mehr oder weniger Standard, ähm, was Kalender-Apps angeht. Aber das Design hebt halt diese App so ein bisschen hervor. Und, ähm, ich finde, man kann sich die durchaus mal anschauen. Ähm, weil es eine für mich über sie, also es ist halt keine typische Kalender-App, so wie man sie kennt, weißt du, mit so einer, mit so einer drögen, äh, Wochenansicht und, die man so von normalen Kalender-Apps kennt. Sie haben da so ein Design entwickelt, was mir einfach ganz gut passt und dass man ganz farblich anpassen kann und natürlich die, die, die Icons passen sich entsprechend damit an. Ähm, und sie haben eine schöne Watch-App, meines Erachtens eine sehr übersichtliche Watch-App. Was sie nicht machen ist, ähm, sie integrieren keine To-Dos, keine Erinnerungen von, von Apple-Reminders. Ähm, das ist, das ist eine separate App, ähm, also die machen wirklich nur Kalender. Und, ja, Time-Page ist diese Woche einfach mal mein Pick, äh, und eine sehr schöne Kalender-App. Gut, Link ist in den Shownotes von der 826.